Hi, wir sind die verdammten Dachdegger. Ja, liebe Fans, da die ganze Corona-Scheiße leider immer noch nicht vorbei ist und wir jetzt die zweite Welle haben und die Braunschweiger Musikszene immer noch sehr darunter leidet, möchten wir euch heute dazu aufrufen, die Braunschweiger Musikszene zu unterstützen. Ja, unterstützt die Lehme und Clubs in Braunschweig. Die haben auch noch andere Sachen anzubieten, bei den Vereinigten könnt ihr was bestellen, so zum Beispiel im Sprung, da gibt's was leckes zu essen, da freuen sich die Leute drüber. Unterstützt Labels und Bands, spendet etwas oder kocht eine CD online, die gibt's nicht nur bei Konzerten. Ja, besonderer Dank, Gruß und Dank auch an WS Oldschool, besonders an Adam. Abonniert die am Kanal und spendet an die und unterstützt auch die. Und nicht vergessen, nächstes Jahr kommt unsere zweite CD und unsere BVD-Penner. Ja, und Maske tragen, Abstand halten und Wixbrüffel darfst du nicht vergessen. Ciao! Schürzen! 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 Vielen Dank.